Meist gevotet in der Telegram-Gruppe ATEEZ THANKS Obwohl es von letzter Woche ist. Das kam wieder in die Umfrage. Mhm. Die Leute lieben ATEEZ. Echt? Verständlich. Diese Gruppe ist stark. Wer war das nochmal? Ich vergesse immer, wer ATEEZ ist. Wer war das nochmal? Wieder. Hala Hala. Ach so. Letztes Mal, als ich Hala Hala gesagt habe, ist dir sofort eingefallen. Mir ist es eingefallen. Das war ich. Ach, sorry. Es tut mir leid. Guck, jetzt habe ich es vergessen. Stabiles Gedächtnis schon. Yes, I'm in love. Ich fand es auch eine Cringe ihrer Bewegung. Doch, an die Melodie kann ich mich erinnern. Ah, nämlich, die haben immer zwei Title Tracks zu ihrem Comeback. Der erste war Inception. Erinnerst du dich an das Lied? Ja, auf jeden Fall. Und das ist jetzt der zweite. Das, wo die am Ende im Wasser waren. Ich muss weder deren Gesichter sehen. Das fällt mir jetzt nicht. Ist okay. Start mir. Ich freue mich. Ich habe nämlich übrigens auch zwei Wochen drauf gewartet. Sehr geil gemacht. Ja, Mann, was... Richtig guter Start. K.Q. 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 Ach. K.Q. K.Q. Wow... Oh man! Oh, dieser Fall ist mega geil! Das ist gut! Das ist gut, ja? Brachiale Performance. Ja? Heftig. Die haben Performance, also Tanz habe ich nicht so geachtet, aber auch generell was die mit ihren Händen gemacht haben und die ein bisschen brachial. Ich würde sagen, jeder von denen hat so seine sparte Charakter, was so voll zum Vorschein tritt. Der Erste hat so seine Art Coolness. Ich dachte mir so, okay, sehr wahrscheinlich, als er zu Ende war, dachte ich mir so, sehr wahrscheinlich finde ich den am besten. Dann kam der Zweite und dachte ich mir, auch gut. Dann kam der Dritte und dachte ich mir, okay. Dann habe ich irgendeinen hinten links gesehen und dachte mir so, ah, da ist der Cringe. Was? Da war er! Den hab ich gesucht! Der, gell? Der ein bisschen. Nein! Nicht der! Sonnespaß, die waren voll gut. Die haben so stabile Haare. Ich frage mich auch immer, wie die deren Haare machen. Das ist nur für den Moment, glaube ich, danach sind die so versifft. Ja, das ist safe. Aber für den Moment, wie bekommen die so gute Haare? Die haben keine gute Haare genäht. Ja, aber wieso bekommen die so eine Haare? Eigentlich müssen wir die besten Haare genäht haben. Nein, wir haben die versifftesten Haare von allen. Haar aus von dem jungen Alter. Was? Dichte und sowas. Und Haarstabilität. Wir haben gar nichts dicht. Nackt. Doch, dicht haben wir. Also ich zumindest. Ich hab dicke Haare. Ich hab keine Dichte. Ich hab dick und dicht. Ich auch. Ja, okay. Bei dir glaub ich es sogar. Bei mir glaub ich es auch. Oh, du like that! Obwohl, meine Haare sind auch ein bisschen aus dem Haar. Ja, okay. Können wir jetzt aufhören, auf unsere Haare und so weiter? Du hast angefangen. Auf jeden Fall, ich finde. Hair Reaction. So, Performance sind die einer der stärksten Gruppe. Thanks. Zurzeit. Generell die. 80s. Thanks. Okay. Weiter. Thanks. Undersi. Jessi will die. Okay, jetzt gehts ab Oh shit Alter, schau mal Warte, ist jetzt vorbei? Ey, die haben außen nicht das Kerb aufgebaut Ich schwöre, sie fehlt noch ein Autoscooter nebenbei Ja, man sieht alles aus, als ob gerade ein Autoscooter so an der Seite stehen würde Heftig, ey Warte Du hast kurz vor am Ende gestoppt, oh mein Gott Bobic Bobicruise der Mercedes Drop Top Äh, Angst Fresh und so clean Punte, voll clean, okay Ivana Punto Ivana Punto Das reicht, 80s Ey, die Sender hat nochmal so Einfach so Ich fand es war die geilste Szene so im ganzen Musikvideo Vor allem mit diesem Move Wann haben die das jetzt eingefügt? In welcher Sekunde? Warte Was denn? Okay, die haben schon noch was gefilmt Was meinst du? Ja, okay, ich wollte nur sehen Ah, und das finde ich extrem cool Diese Szene hier, diese hier Wo die alle so mit der Kappe waren Ich fand die sahen so cool aus Ja, ich fand die Szene am besten Bitte Nicht der Nicht der Auf der auf keinen Fall Der war sehr gut Ja, der war cool Der hat die beste Performance gehabt, finde ich Ja Der war cringe Der war auch cringe Ich fand den Rothaarigen so sehr gut Hier war es auch sehr gut, das hat mir auch hier voll gefallen Wie heißt der? Der? Rote Haarige Welcher rote Haarige? Es gibt noch einen Jongho Jongho Jongho? Jongho Jongho Ja, was für rote Haare, Alter Nein, du Was? Ey, aber der hat diese Krasse, krasse hohe Line am Ende gebracht Die hat mich am Ende voll abgeholt Ja, mich auch Bei der Britz so Also mich hat die nicht abgeholt Dang! Mich schon Ähm Ja, wenn wir mich abholen Das reicht jetzt Ich denke, ich wollte noch irgendwas sagen Dass du mich aus dem Konzept gebracht hast Achso, der andere ist Mingi Ich hab den vorhin gezeigt Der zweite Rapper Mingi 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 Warte noch, was? Was? Mingi 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 Ja, also K Ein G-K Mingi Auf jeden Fall Mingi Das wird immer schlimmer Mingi Okay Leute, an dieser Stelle beenden wir hier das Video Wir haben in der Beschreibung eine Telegram-Gruppe Wo ihr gerne mit eintreten könntet Da gibt es wöchentlich Umfragen Wie zum Beispiel diese her ATEEZ wurde auf Platz 1 gewählt Und deswegen kam es auch dran Nächste Woche könnt ihr gerne mitvoten Also steigt ein Wir sehen uns beim nächsten K-Day Bye 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 Was machst du? Vielen Dank.